jo leute und herzlich willkommen zum neuen video auf dem kanal beziehungsweise was heißt auf meinem kanal auf dem kanal war max okay trickster hd denn er hat mich gebeten ob ich für ihn einen gast-ablog machen kann da er im moment keine videos aufnehmen kann weil er seinen pc zur reparatur geschickt hat weil er an seinem pc irgendwas nicht gestimmt hat auf dem fall sobald er wieder videos machen kann macht er dann auch sofort eins zu euch und erklärt euch dann auch wieso so lange kein video kam erst mal zu mir wer bin ich überhaupt im marvel mit 14 vielleicht kennen mich manche schon von ganz früher früher öfters oder fast jeden tag max aufgenommen und irgendwann konnte dann auf einmal einer von uns nicht und ja keine ahnung seitdem haben wir nicht mehr so viel kontakt trotzdem dachte ich mir zu machen frage ihn einfach nur beim gast upload will ich ihm eins machen ein machen kann sollte noch mal weiter die gegner ich finde doch hat echt nur müllstoff irgendwie jeder ist ein gegner also wie gesagt max keine videos aufnehmen da sein pc zur reparatur geschickt hat weil er irgendwas nicht gestimmt hat aber er macht beziehungsweise er versucht ab mittwoch wieder aktiv auf youtube zu sein was ja auch denke ich mal schaffen jetzt vielleicht haben wir haben ich und max weil wieder ein bisschen mehr kontakt und es kommen mal wieder videos mit mir also es wirklich freuen ja ich suche noch ein bisschen stuff und ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder ok stuff habe ich jetzt wirklich nicht mehr gefunden eigentlich bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.